hallo herzukommen auf der suno gaming und heute schon mal wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde roblox und zwar den dealership zeichen legen auch direkt los indem wir erst mal ein nicht kaufen so ja wir verdienen 214 dollar die sekunde wahrscheinlich in die minute ich habe keine ahnung möchte dass mich der kaum habe das wird er kaum oder als es gehen ach so er kommt oder einfach ganz ehrlich auto aufzug 80.000 hier habe ich natürlich die länder kann ich habe glaube ich auch hier kann hier kann man das 1 hier haben wir einmal im egal und und den ich komme ja schon es ist doch genau schon wieder dasselbe also budget ist bei dem 25 bis 43.000 da kann man ihn ja sowas hier anbieten oder nicht hier das aber will er grün grün und felgen weiß perfekt verkauft geil jetzt habe ich irgendwas mit 4000 plus gemacht okay abschleppwagen das ist ja geil gemacht sollte aber mal die lautstärke ich bin ich habe euch das mache ich wollte noch das war krass ja gut weiß ich wie ich bin nein so perfekt warum hier das ist ein geiles automobilwagen für das ist ich freue mich die eine meine auf wer auf ich , ich drei oben werden und Egal, ich weiss nicht warum wir hier drüber sind, 3 Sterne war. Ich bin da, wow! Nice! Endlich! 16.000, was? 50.000 habe ich damit verdient? Okay! Das ist wirklich eine geile Sache, das haben die wirklich geil gemacht. Welches Auto möchtest du kaufen? Das ist wieder dasselbe, also jetzt mal ehrlich. Also wieder 43.000 Budget. Kommen wir mal wieder hier so ein, ne? Der sieht auch geil aus. Der will auch beides grün haben. Grün. Und hier auch grün. Und das hier und fertig. Verkauf perfekt. So, wir gucken mal kurz, wie viel machen die eigentlich pro Sekunde? Geschwindigkeit? Nee. Mhm. Kann man nicht auch konfigurieren? Irgendwie, ja. Kann man, aber ich weiß gar nicht wie. Also, wie viel macht der denn? Ändern. Wer macht plus 55? Okay. Plus 55? Okay. Plus 55? Okay. Ja, ich hab alle, alle, die ganz viel Geld geben drauf. Okay, das ist ja geil. Könnten wir auch mal gucken, dass wir irgendwie neues Auto kaufen. Ähm. Hier, ne? Im Besitz. Nicht im Besitz. Ach, das ist ein Event hier mit irgendwie. Okay. Warte, wie viel haben wir? 60.000, ne? 60.000. Hier. So, was? Der macht 2000 Belohnungen 54. Äh, das wäre auch schon geil, aber ich würde eher sagen, dass wir hier erstmal weitermachen. Mit einer Plattform, genau, Plattform, weil wir brauchen ja mehr Geld. Plattform. Wir ballern erstmal hier dieses Kack-Auto drauf. Tun aber später ändern, sobald wir ein neues Auto haben. Ich würde sagen, wir liefern jetzt eben kurz hier noch aus und sparen eben auf 60.000. Dann holen wir uns nämlich diesen Mustang-Dings da. Und dann hat sich der lang. Hier ist ein Kunde. Hey, welches Auto möchtest du? Oh, 50.000. Ja, dann geben wir den natürlich auch definitiv ein für 50.000. Dazu muss ich aber erstmal einen finden, der auch wirklich 50.000 kostet. Der hier kostet 40.000, aber den habe ich schon mal verkauft. Okay. Gut, dann müssen wir den für... Nein, den hier. Farbe orange. Die oder die? Die sehe ich nicht. Die. So, und schwarz. So. Verkauf. Geil, danke. So. Jetzt einmal liefern wir den blauen. Jetzt einmal liefern wir den blauen. So. Die blaue geht natürlich als erstes. Die blaue geht natürlich als erstes. Ich glaube, ich muss wieder da hoch. Aber es ist geil gemacht, dass man es auch so machen kann. Das finde ich geil. Weil das ist ja auch irgendwie eine Aufgabe bei einem Widerstück, das man auch auf Autos tut. Daher finde ich das eine geile Sache. Ich weiß nicht, was die Sterne verbriert. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber... Jetzt habe ich Sterne verloren. Das ist ja auch nicht. Das furchtbar. Das verlierst du schon ganz. Hä? Das ist immer hier verlierst du schwer. das ist ja nicht. Das ist ja nicht für eine Sache. Und dann bitte. Das ist ja nicht für ein Widerstand. Wie steht das? Das ist ja nicht für ein Widerstand. Das sehen wir gleich genau aus, weil das Ding hier auch nur echt eng hat, aber nur macht So, wir haben es tatsächlich geschafft, so 5,50, okay Leute, ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt ganze 92.000 und davon holen wir uns jetzt einmal das Auto, beziehungsweise wir können sogar auch ein geileres Auto holen, weil da wir ja jetzt 90.000 haben, wäre es natürlich auch geil, eins für 90.000 zu holen. Und der hier würde uns 55 geben, dann nehmen wir doch den hier, oder? Komm rein da, so, rede, so. Boah, ähm, was macht der bis 43.000 wieder? 41.000. 41.000. So, können wir auch mal den hier wieder machen, aber wobei, nee, den haben wir ja schon. Mein Fäßig ist aus. Mh, hm. Ja, es gibt keinen anderen, okay, dann machen wir das einfach, da machen wir den gelben hier. Weil wir machen den, komm, wir machen den. So, ähm, der Tiefhabe im Blau, ja. Die hier, die hier, fertig. Boah, alle Sterne. Okay, gut, jetzt gehen wir hier mal hoch und packen das Auto einmal da hin. So, Auto, komm mal her. Bitte einmal ändern. Klasse 2. Klasse 2. Eißig. Ernsthaft jetzt? Das ist Klasse 2, deswegen kam das nicht da drauf, oder was? Das sind wohl 30.000. Hm. Hm. Gut, Leute, wir sehen uns doch nochmal gleich wieder. So, jetzt haben wir aber die 30.000 und jetzt können wir auch uns die Klasse 2 da irgendwie machen. Den gehen wir jetzt hier einmal hoch. So, so, so. In hierhin, Klasse 2 und jetzt. Bam. Rauf da. Boah, das sieht schon geil aus. Ich weiß nicht genau, was das für ein Modell sein soll. Ein Valvo steht da nur. Aber, sieht doch geil aus. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut aus dem Anfang an den Discord-Dörfer vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Traumauftakt, haut rein und euer Sando. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018